Hallo Freunde der virtuellen Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Pico 4 Newsflash. Wer meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR oder Gaming. Ab und zu immer ein paar Flat Games, aber hauptsächlich VR. Heute haben wir die Pico 4 Newsflash und dieses schöne Teil hier. Es gibt einen Sale darauf, der vom gestern bis zum 7.5. läuft und wir bekommen jetzt die Brille günstiger, beide Versionen, die 128 GB und die 256 GB Version. Zusätzlich gibt es aber immer noch das Spring Bundle. Das sind vier Spiele, die insgesamt 99 Euro wert sind und die bekommen wir bei einer neuen Anmeldung, einer neuen Pico 4, bekommen wir diese vier Games geschenkt und ja, das muss man auch noch mal damit einbeziehen. Schauen wir uns mal kurz die Amazon Seite an und ja, hier sehen wir das Ganze. Wir sparen 9 Prozent von 429 auf 389 Euro für die 128 GB Version und dann haben wir noch mal die 256 GB Version von 499 auf 459 Euro runtergesetzt. Das Ganze ist wirklich nur bis zum 7.5. Dann kommen wieder die normalen Preise dazu und ja, hier haben wir auch die, na willst du wohl, hier haben wir die Spiele, dieses Spring Bundle, was man erhält, wenn man die Pico 4 neu anmeldet, mit einem neuen Konto versieht. Und ja, hier haben wir mal Peaky Blinders, das ist das Spiel zur Serie. Wer das nicht kennt, ja, mal reinschauen. Ich habe auch noch nicht reingeschaut, soll aber sehr, sehr gut sein. Die Serie und das Spiel habe ich nur mir die Demo angeschaut. Hatte auf jeden Fall Potenzial, muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Wird auf jeden Fall noch passieren. So, genug mit auf jeden Fall. Dann haben wir Les Mills Body Combat. Das ist ein hammerhartes Workout-VR-Game und hier habe ich auch noch nicht reingeschaut. Ich wollte immer mal reinschauen, habe aber aktuell Probleme mit meiner Achillessehne und hier muss man sich richtig krass bewegen und das wird definitiv passieren, wenn ich wieder fit bin. Und ja, dann könnte man sogar so ein kleines Experiment starten. Vielleicht mal mit Waage und so weiter. Mal, ja, ein paar Wochen immer mal wieder spielen und den, ja, das Gewicht mal mit aufnehmen. Ich glaube, da wird man mit Sicherheit einiges abnehmen und auch ein bisschen fitter werden. Dann haben wir das Game Wander. Und Wander ist ein Game, wo wir, ich glaube, sogar im Koop-Modus uns verschiedene Dinge auf der Welt anschauen können. Und das wurde auch in der Community letztens gelobt. Wer unsere Community noch nicht kennt, We are World Germany. Da gibt es einen Discord und eine Facebook-Gruppe und der Link ist unten in der Beschreibung und die Links. Gerne mal raufschauen. Egal, ob ihr jetzt Veteranen seid oder Neulinge, ist für alle was dabei und wir tauschen uns da auch gut aus. Und ja, VR ist jetzt schon echt so groß geworden, dass man auch gar nicht mehr alles so mitbekommen kann. Von daher kann man sich da sehr gut austauschen. Das ist immer von Vorteil. Ja, dann haben wir Golf 5e Club. Ist halt ein Golf-Game. Ich habe noch nicht reingeschaut. Golf ist auch nicht wirklich meine Sache, außer Mini-Golf ein bisschen. Aber ansonsten ist Golf nicht so wirklich mein Sport. Aber trotzdem mit Sicherheit vier coole Games und das für 99 Euro, die wir dann quasi geschenkt bekommen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, ich werde euch diese Sachen alle unten in der Beschreibung mit meinen Affiliate-Links verlinken. Und ja, wenn ihr darüber kauft, dann bekomme ich eine kleine Gutschrift von Amazon. Ihr bezahlt aber nicht mehr. Ihr unterstützt meinen Kanal. Und alles, was ich da einnehme, geht direkt in die Hardware, die ich eigentlich dringend brauche. Ich brauche unbedingt eine neue Grafikkarte für PC VR. Und ja, das alles geht auf ein separates Konto und wird da gespart, bis ich dann endlich mal wieder eine Grafikkarte kaufen kann. Und ja, diese Links gelten eigentlich für alle. Ihr klickt drauf und könnt dann eigentlich alle eure Amazon Käufe tätigen. Unterstützt meinen Kanal dadurch. Und ja, ich freue mich dann immer mega, wenn ich dann sehe, oh, da haben wieder Leute über Amazon bestellt, über meinen Link. Und das hilft mir halt weiter. Ihr bezahlt nicht mehr. Ist halt nur einmal für euch auf den Link klicken. Und ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das nutzen würdet. Ja, Leute, ich kann nur sagen, die Pico 4 ist ein echt cooles Teil. Wenn ihr noch kein VR-Headset habt und überlegt, okay, ich suche jetzt ein Standalone VR-Headset, dann ist das sowieso eine gute Wahl. Bis die neuen VR-Brillen kommen, weiß man noch nicht. Bis Pico 5 kommt oder Quest 3 und so weiter, kann noch einiges Wasser den Rhein runterlaufen, sage ich einfach mal. Und ja, da muss man jetzt mal abwarten. Aber ob man so lange warten will, bis man dann mal echt geiles VR zocken kann, weiß ich nicht. Ich kann meistens nicht so lange warten. Und ich denke mal, verkaufen kann man diese Teile immer noch, wenn es neue Headsets dann gibt, dass man auf dem Gebrauchtmarkt dann seine Geräte verkauft und sich dann das neue hinzu zieht. Funktioniert bei Handys ja auch. Von daher sollte es eigentlich kein Problem sein. VR-begeisterte Leute gibt es immer, die auch neugierig sind. Von daher bekommt man die immer sehr gut verkauft. Ist das auf jeden Fall, was ich so in der Vergangenheit erlebt habe. Ich habe alle meine alten Headsets auch verkauft, weil ich auch keinen Platz für eine riesen Vitrine habe, die ich mir hier hinstellen kann mit 1000 Headsets. Das funktioniert einfach nicht. Ja Leute, ich hoffe euch hat es gefallen. War eventuell ja eine gute Information für euch, wo ihr sagt, cool bei dem Preis schlage ich jetzt zu. Ja könnt ihr gerne mal unter die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt nutzt oder nicht. Und ob ihr überhaupt überlegt momentan eine Pico zu kaufen. Gerne meine Beschreibung in die Kommentare rein posten. Und dann können wir eventuell auch ein bisschen diskutieren darüber. Oder besucht uns einfach in der Facebook-Gruppe. Würde ich mich natürlich auch freuen. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.